Und eins, zwei, drei, ein, zwei, zwei, drei, vier, eine, zwei, drei, vier, frei, eins, zwei, drei, und eins. Zwei. 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 Pien. Stop! Guten Morgen aus dem Dorjo hier in Fulda. Heute schauen wir uns auf Paolo Sektormeyers Daggerplay No. 20 in 5. Und wie immer versuchen wir uns zu erklären, was wir darüber nachdenken. Paolo Sektormeyer sagt in dem Anfang, wir beginnen mit gleicher Aktionen. Was wir finden, ist, dass sie meine Aktionen mit ihrer Aktionen kann. Wir beginnen mit dieser Aktionen, mit einer Deep Posture. Dagger auf der leften Seite und ich stand in High Posture. Und meine Target ist hier. So, sie hat 3 Sekunden, wenn ich da bin. Aber was sie macht, ist, sie macht es mit der Dagger. Und sie macht es mit der Dagger. Und sie macht es mit der Dagger. Und in dieser Weise, wir enden in die Position, die meine Aktionen ist. Ich grebe sie Dagger, sie grebe sie mit meiner Dagger. Und sie macht es mit der Bedeutung. Und sie macht es mit meiner Arme. Und sie macht es eine Motion über meine Arm. Und sie macht es mit meiner Arm umfassungsvolle. Und das bringt sie reinkommen mit meinem Trin. Und sie kann sie leicht auf der Dagger. Und sie kann sie leicht einstecken. Wenn sie möchte. Und wir machen das wieder mit dem anderen Seite. Denn diese Anktion ist nicht so trivial. So, Yen, von dieser Seite. So, ich komme forward, ich gehe hier. Sie packen das. Das Versetzen. So, ich bin aus der Lage. So, ich gehe hier. Und sie pulle ich forward. Und dann wides über meine Arm. Und jetzt, sie sich um mich herum. Und das macht mich ... Das macht mich ... Das macht mich auf meine Dagger. Und sie hat ... Sie hat eine Truss in meine Hände. Okay. Okay. So, der nächste Punkt. Wenn sie das ... Wenn sie das ... Wenn sie das ... Oh, fuck. Sie hat beide Dagger. Aber ich habe meine Hände hier. Ich stelle auf ihre Kraft. So, in der Englisch Translation ... Sie haben ... Sie haben etwas zu sagen. So, ich sage sie. Aber das ist falsch. Du gehst auf die Arm. Und die Arm ist hier. Es ist nicht hier. Denn sie kann ... 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 Ich kann ... Sie kann ... Sie kann ... Sie kann ... Sie can. Die Erfsteck ... Sie kann ... Sie macht eine Motion wie diese, öffnen, öffnen, öffnen und in diesem Moment sie wundern die Dagger in meine Gesichter. So, ich holde sie und sie wundern die Dagger in meine Gesichter und sie wundern die Dagger in meine Gesichter. Und sie wundern mit beiden Händen. Und jetzt ist es mein Turn, um sie zu kontrollieren und versuchen, meine Dagger auf der anderen Seite zu bekommen. Also, ihr könnt ihr beide Dagger, wie wir haben. Es ist leichter, um sie zu bekommen, um sie zu bekommen. Ich wollte, dass wir unsere eigene Dagger zurückkommen. Aber, wenn sie da oben ist, ist es leichter, um sie zu kontrollieren und deine Dagger zurück zu bekommen. Okay? Das ist ein viel einfacher Motion, als die hier und die Dagger hier. Und dann will sie uns, um sie zu zweifeln, um sie zu zweifeln und zurück in unsere Dagger. Okay. Das ist es für heute. Danke, Liliana. Danke, dichLookig. Danke fürs Zuschauen!